ja und damit herzlich willkommen noch einmal zu einer neuen folge vom droiden let's test diablo 4 beta und ihr seht von der letzten folge hat sich ein bisschen was geändert nämlich ich bin ja immer noch hier vor dem kratator dungeon den wollten wir ja besuchen aber ich habe jetzt einfach noch mal umgeskillt um zu gucken wie der andere bild so aussehen könnte ich habe einmal die zyp nein wir fangen an ich habe einmal den sturm schlag genommen der quasi elektrizität von sich gibt identisch eigentlich von magier dann gibt es ein gewittersturm auf der sekundären taste um mal richtig die sau rauszulassen danach gibt es diesen zyklon rüstung ihr seht zum kleiner wirbelwind ist um mich herum passiv und aktiv und die wölfe genauso und damit versuche ich jetzt mein glück hier mal rein zu gehen ich finde die musik ein bisschen laut im hintergrund gerade können wir vielleicht ein bisschen leiser machen normal in sound und die musik war schon 50 aber vielleicht die gesamt lautstärke auf 90 mit schauen wir mal wie er mit den elementen umgeht und nicht als werwolf hier rumläuft okay also das war schon mal nicht schlecht würde ich sagen okay ja 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 okay meine wölfe sind gar nicht mal so ich glaube das ist gar nicht mal so schlecht ich glaube ich dann rasierte hier mal richtig mehr schaden zu ok und so zwei gehilfen an der seite sind auch nicht verkehrt ja 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 Ich habe mir ein bisschen Spirit gefehlt. Das müssen wir mal gucken. aber wieder ganz schön was ihr angesammelt ist ja nur noch diese runde hier die hände sind auf jeden fall nice und totem behalten behalten wir mal falls wir auf also einhand waffe und totem umwechseln wollen bräuchten wir noch an den staben nicht aber das ist zwei hand waffe magischer stab stab zweihand axt einhand waffe aber totem und einhand waffe zur not als wir wechseln wollen aber die wölfe gefallen mir schon mal oh scheiße aber man kann den blitz tatsächlich lenken so mit der maus das zurückstoßen gibt natürlich dann immer noch so ein bisschen zeit zu reagieren so so das gefällt mir eigentlich schon ein bisschen besser als das andere als der andere bild mit dem werwolf blut ja 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 weltklasse dann kann ich nämlich diesen diesen tornado beziehungsweise diesen blitz das unwetter die ganze zeit weil er wird er kanalisiert eine zerfallene götze fehlt uns noch da ist er muss dann wenn man schaden bekommt dann einfach aus dem schaden raushüpfen einmal diesen sprung machen am besten ich suche mir noch so schuhe die das zweimal machen können dann dürfte es ein step und noch ein step und dann weg und dann ist gut hier unten war ja noch nicht ouch hier 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 I need those spirits. Ja, sauber. Hier geht es auch runter. Okay. Hey, es ist ein Schlimmer für mich. Oh, aber ich würde mal sagen, klappt doch ganz gut. Vor allem die Wölfe, ne? Die Wölfe sind richtig nice. Ich habe nicht genug. Wie funktioniert das? Es ist ein Schlimmer, wie geht es mich. Ich habe die Wölfe auf den Erdung, die Wölfe auf영standen. Ich habe den Entwurf. Ich habe den Entwurf. Der Entwurf. Genau. Ich habe den Entwurf, der Aufbau in den Entwurf. Nichtsdestotrotz, ich finde den Weg echt nicht schnell. Du musst ja sowieso in die Richtung, ne? Können wir hier auch mal durchrasieren. Ich bin nicht bereit. Ach ja. Was haben wir denn hier bekommen? Das sieht doch schon ganz gut aus. So. Dann nehmen wir uns mal die Stiefel vor. Die sehen Angriffe in drinnen, verringert die Update-Set von in drinnen. Das ist nice. Also mein Schritt zur Seite Geschicklichkeit, Widerstand und Willenskraft. Gönnen wir uns. Ja. Das war auch dieses Dungeon. Gehen wir mal raus. Ich muss sagen, der Bild ist gar nicht mal so schlecht. Also es gibt genügend Alternativen. Gehen wir mal raus. Hier ist eventuell ein Event gleich am Start. Ah, gerade gemacht worden. Ah, gerade gemacht worden. Ich finde das echt mit dem Blitz viel besser. Am Anfang für den Druiden, weil er dadurch ein bisschen mehr Fernkampf machen kann. Nicht immer dabei ist als Werwolf, sag ich mal mit dem Brennen. Und gerade Oh, da vorne war ein Event. Das können wir auch mal mitmachen. Boah. Richtiger Leck gerade. Aber als Beta-Baby, von daher alles cool. Was ist das? Ich bin noch nicht bereit. Ich brauche mehr Spirits. Ich muss warten. Ich bin noch nicht bereit. schönes Ding das haben wir auch noch mitgenommen was? keine Obolisse mehr? kann ich nicht mehr aufnehmen? echt jetzt? aber wir sind aufgestiegen und können wieder einen nehmen und zwar wenn ihr einen kritischen Treffer erzielt erhalten eure Wölfe 3 Sekunden lang 20% Angriffsgeschwindigkeit oder die Angriffe für eure Wölfe haben eine Chance von 10% euch Stellung in Höhe von 5% eures Basislebens zu Stellung ist gut das ist ein passiver Skill brauchen wir zum Überleben ich würde sagen wir portieren uns jetzt zurück haben genug von dem Druiden gesehen alles mal hier verkaufen ist jetzt eh gleich bald vorbei mit der Beta von daher können wir uns nochmal den Ring auch noch gönnen die Stiefel können wir uns eigentlich auch kaputt machen gibt nochmal Materialien hier unten steht immer was man bekommt das sind die die man am Anfang bekommen ja und das war es jetzt mal mit dem Druiden also ich muss sagen wir gucken nochmal die Skillung an jetzt nochmal den ganzen Skillbaum uns angucken also hier mit Sturmschlag anstatt der Klaue als Werwolf Klaue Windschere könnte man auch vielleicht nochmal ausprobieren oder den Erdspieß ne aber wir sind hier über den Sturmschlag gegangen hätte ich vielleicht sogar noch hier einen Punkt rein machen können dann über den Gewittersturm ne also rechte Maustaste gedrückt halten und dann in den Bereich wo man den haben möchte der Schapp hat schon gut rein muss ich jetzt sagen mit dem tobenden Gewittersturm hab dann noch den äh den tobenden genommen damit er noch einen Blitz dazu bekommt also nochmal Schaden und dann die Zyklonrüstung ne die ja passiv ist und dann nochmal aktiv einfach drauf drücken bestößt er die Leute zurück und macht die dann auch noch ein bisschen äh verlangsamt die ein bisschen und anstatt den Klettererranken habe ich jetzt einfach mal die Wölfe genommen die sind nice die helfen einem ungemeinen lenken auch so ein bisschen ab von einem ne die Raben gibt's ja auch noch ja und dann gibt's hier ein Hurricane nicht das Festival sondern den äh Skill das könnte auch interessant sein und auch dazu passen genauso wie Tollwut zu dem Werwolf äh Skin beziehungsweise Bild aber so weit sind wir nicht gekommen aber ich denke mal für den ersten Blick reicht das da sind jetzt wie viele Level haben wir gemacht 14 Level ich muss aber trotzdem sagen in 14 Leveln sind viele viele Klassen besser als er aber er ist speziell macht Spaß und man könnte sagen dass er vielleicht im hinten raus dann richtig Attacke macht aber wir wissen es nicht ich werde als nächstes den äh Magier nochmal antesten und dann sobald ich den hochgelevelt habe euch auch noch präsentieren bis dahin vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge welch ich sobald ich ым charakter 的时候 ich Untertitelung des ZDF, 2020